Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Dein Gesundheits-, Mental- und Life-Coach und das aus absoluter Leidenschaft und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist bei diesem Lebenskraft-Podcast, der enthält ganz viele tolle Werkzeuge für Dich, damit Dein Leben noch gesünder, schöner und vor allen Dingen eben auch glücklicher wird. Ja und wenn Du Dir diesen Titel heute durchgelesen hast von diesem Podcast, schlank und gesund, das geht nur, wenn Du aus einem Sprint einen Marathon machst, dann wirst Du Dir vielleicht die Frage gestellt haben, na, was meinst Du denn damit? Und das möchte ich Dir natürlich auch ganz gerne erklären in diesem Podcast. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung, ich mache seit über 20 Jahren diesen Beruf als Gesundheitscoach mit ganz vielen Vorträgen, Seminaren und ganz, ganz vielen Tausenden von Einzelcoachings und immer dann, wenn Menschen zu mir gekommen sind, wenn das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, also wenn diese Krankheit schon da war oder die Fettleibigkeit oder die extreme Unzufriedenheit oder der Burnout oder die Depression, dann stelle ich natürlich immer ganz viele Fragen und in diesen sogenannten Anamnesen, wenn ich dann viele Fragen stelle und lasse mir im Vorfeld dann auch noch ein Ernährungsprotokoll ausfüllen, das ich dann auch noch zuvor ausgewertet habe, also um mir so einen Gesamtüberblick zu machen, dann höre ich natürlich immer die Geschichten, also wie ist was entstanden, aber der Mindset von den Menschen, also die innere Einstellung, wie schnell wird man denn jetzt wieder gesund, wie schnell komme ich denn jetzt wieder in mein Gleichgewicht und wie schnell kann ich denn jetzt möglichst den alten Zustand wieder herstellen, dass ich wieder genau da bin, wo ich vorher mal war, also im besten Fall gesund, bevor ich krank geworden bin oder im besten Fall entspannt, bevor ich in irgendeiner Form ein Burnout bekommen habe oder im besten Fall vielleicht auch mit einer ja entspannten Gemütshaltung, bevor ich die Depression bekommen habe. Und hier liegt schon der Fehler begraben, denn der Mensch, der bist du ja immer noch, das heißt, das energetische Wesen, was schlussendlich all das in Resonanz gebracht hat und alle Handlungen vollzogen hat, die dich zu der Krankheit, dem Burnout, der Depression oder was auch immer geführt haben, das bist du ja immer noch. Und genau hier liegt auch so ein bisschen das Problem begraben, denn ganz viele Menschen wollen jetzt ganz schnell diese Pille, wollen ganz schnell irgendwie eine Methode, am besten, dass noch irgendjemand die Hand auflegt und ein paar, ja, irgendwelche energetischen Geschichten macht, wo dann eben auch ganz schnell die Heilung irgendwie vom Himmel fällt. Aber genau das ist ja nicht der Weg, um den es geht. Denn stell dir mal vor, dass dein Körper dir genau diese Signale schickt, dieses Signal von Ungleichgewicht, was sich über Krankheit, Depression, Burnout, um bei diesen Beispielen zu bleiben, halt eben auch zeigt. Stell dir vor, dass dieses Signal für dich da ist, damit du in deinem Leben nicht die Symptome veränderst, sondern wirklich die Ursache und dass dann eben auch ganz bewusst das Ergebnis ein anderes ist. Und geht so etwas schnell? Nein. Und deswegen habe ich dieses Thema beziehungsweise dieses Bild genommen, Marathon. Und egal, um was es sich handelt, ob es sich zum Beispiel auch darum handelt, dass du deine Traumfigur haben möchtest, weil du schon immer davon träumst, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 19 Kilo weniger zu wiegen, beziehungsweise Speicherfett abzubauen, denn das Gewicht sagt ja noch lange nichts darüber aus, wie jemand aussieht. Dann musst du zu der Person werden, die im Endeffekt auch die Energie mitbringt, damit das dann auch passieren kann. Und ich werde dir das auch gleich nochmal ein bisschen näher erklären, damit du das auch schlussendlich verstehen kannst. Denn so ein Marathon, ja, also diese 42,195 Kilometer, die bin ich im Übrigen auch schon gelaufen, die kannst du laufen ohne Vorbereitung, aber das ist gefährlich. Und es gibt ja so ein paar, die haben sich das auf ihre Bucketlist geschrieben, also auf diese Liste, bevor sie in die Bucket, also in die Kiste hüpfen und wollen mal einen Marathon laufen. Aber wenn du es wirklich gut machst, dann bereitest du dich darauf vor. Das heißt, du trainierst für diesen Marathon. Das sind lange Läufe, kurze Läufe. Wenn du eine bestimmte Zeit erreichen willst, dann musst du auch Intervalle laufen. Du machst dafür Krafttraining, du machst Koordinationsübungen, über die koordinativen Fähigkeiten werden die gesteuert. Es ist also nicht nur, du läufst den Marathon im besten Fall, sondern du bereitest dich darauf vor. Und das dauert. Es ist Training. Es ist Vorbereitung. Und wenn du dann mal mit Menschen gesprochen hast, die sowas gelaufen sind, dann sagen sie dir, boah, und jetzt plane ich den Nächsten, weil der Weg das Ziel ist. Es sei denn, du willst das nur einmal in deinem Leben, ja, laufen oder erlebt haben. Und so war es im Übrigen bei mir auch. Ich durfte sogar ganz, 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 ganz früher, als ich viel in diesem Trainingsbereich noch gearbeitet habe, durfte ich sogar mal mit Kunden einen Marathon laufen, die ich darauf vorbereitet habe. Und das Ganze war in Holland, in Wassena. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du da schon mal warst, ein ganz schickes Örtchen in Holland, in Wassena. Ja, und da bin ich damals mit meinen Kunden diesen Marathon gelaufen. So, und was hat es jetzt mit dir zu tun? Fühl dich da mal einen Moment rein. Nein, alles, was du in deinem Leben, wirklich alles, was du in deinem Leben geschafft hast, deine Karriere, ob du eine Sprache gelernt hast, ob du ein Geschäft aufgebaut hast, ob du ja irgendetwas in deinem Leben gemacht hast, was du heute auch noch im positiven Sinne vorfindest. Dafür brauchtest du Zeit. Du hast eine gewisse Zeit gebraucht, um etwas, was du dauerhaft haben möchtest, eben auch ganz bewusst zu erschaffen. Und hier ist das ganz wichtig, dass du diesen Mindset eben auch aufbaust, und zwar diese veränderte mentale Einstellung zu dem Thema Heilwerden, zu dem Thema Schlankwerden, zu dem Thema Gesundwerden, denn egal, was du jetzt gerade hast in deinem Leben, du kannst wieder heil und gesund werden, aber du darfst dich mit der Person beschäftigen, die du erschaffen hast in den letzten Jahren mit all den Gewohnheiten, die du jetzt sukzessive lernen darfst zu verändern. Und das heißt ja nicht, dass du zu einer kompletten Unpersönlichkeit werden musst, aber wenn du es zum Beispiel gewohnt warst, und jetzt möchte ich mal zu dem Thema Regeneration kommen, denn was ganz viele Menschen eben auch völlig vergessen, ist, dass zu diesem Thema Schlankwerden auch die Regeneration gehört. Du kannst kurzfristig schlank werden, total einfach, ist einer meiner leichtesten Übungen, auch mit irgendwelchen schwindeligen, komischen Eiweißshakes, die Menschen innerhalb von kürzester Zeit ganz dünn zu machen. Das ist keine Kunst. Die Kunst besteht darin, dein Verhalten so zu verändern, dass du langfristig ganz neue, gesunde Gewohnheiten so in deinen Alltag integriert hast, dass dann dein Fettstoffwechsel brummt. Und das ist auch wirklich die Message, die Intention, die ich in meinem Podcast, in meiner Arbeit und all dem, was ich tue, auch probiere wirklich zu platzieren. Und um nochmal auf dieses Thema Regeneration zu sprechen, zu kommen, wenn du auf der Überholspur unterwegs bist, das heißt, du stehst immer auf dem Gaspedal und dein vegetatives Nervensystem ist am Anschlag, und zwar der Teil, der Sympathikus, der ohnehin für den Stress zuständig ist, ja, dann hast du über eine gewisse Zeit Strecke in deinem Leben auch ordentlich viel Energie, denn wenn du super viel Adrenalin im Blut hast, dann kannst du auch alle überholen. Das sind auch die Menschen, die nie zuhören, das sind die Menschen, die total ungeduldig sind, das sind die Menschen, die nicht mehr runterkommen, das sind die Menschen, die unglaublich viel Ablenkung brauchen, weil sie in dem Moment, wo sie mit sich selbst sich beschäftigen müssen, extrem unruhig werden und so weiter. Und wenn du auf diesem Gaspedal stehst, dann denkst du vielleicht, mein Gott, sind die anderen alle schwach, aber du regenerierst nicht mehr. Und irgendwann sagt dein Körper sich, okay, jetzt geht's nicht mehr. Und dann kommt der Break. Und wenn du dann ein Burnout bekommst, weil du auch nicht mehr regeneriert hast, weil du eben auch nicht mehr abnehmen kannst, weil Cortisol, also das Langzeitstresshormon, blockiert deinen Fettstoffwechsel, denn dein Körper denkt immer noch wie in der Steinzeit und sagt sich, hm, wenn das jetzt lange so andauert, also dieser ganze Stress, dann brauche ich viel, viel Energie, weil ich renne ja die ganze Zeit vom Säbelzahntiger weg. Das heißt, Cortisol blockiert eher den Fettstoffwechsel als diese paar Prozent der Menschheit, die zum Beispiel bei Stress extrem abnehmen. Ja, und wenn du dann die ganze Zeit auf diesem Gaspedal gestanden hast und du hast dann irgendwann mal einen Burnout, die Systeme brechen innerlich zusammen, dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich zum Arzt gehen und im schlimmsten Fall verschreibt er dir Antidepressiva und wird dir das Gefühl geben, naja, das ist also komplett normal, jetzt fangen sie mal an, ein bisschen weniger zu arbeiten, jetzt achten sie mal darauf, dass sie mal wieder ein bisschen mehr schlafen und jetzt achten sie mal darauf, dass sie vielleicht sich ein bisschen gesünder ernähren. Das ist alles schön und gut, aber wenn du die Ursache, den Mensch, zu dem du geworden bist, dir jetzt wirklich mal anschaust, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann fragst du dich, warum musste ich eigentlich immer so auf dem Gaspedal stehen und warum glaube ich, nur dann etwas wert zu sein, wenn ich diese Leistung erbringe? Und das ist der eigentliche Grund. Das heißt, in dem Moment, wenn du eine neue Persönlichkeit aufbaust, um das ein bisschen klarer zu machen, geht es auch darum, dass du wieder zu dir selbst findest. Das heißt, wer bist du denn wirklich, wenn du nicht vor dir selbst bestehen musst? Wer bist du denn noch, wenn du nicht leisten musst? Was bist du für ein geliebtes Wesen mit all deinen ganzen Eigenschaften, wenn du eben nicht auf dein Konto schaust und sagst, hm, das ist aber jetzt die Summe X und jetzt bin ich etwas wert? Und das meine ich mit Marathon. Das heißt, die eigentliche Entwicklung, egal wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du gesund werden möchtest, ob du schlanker werden möchtest, ob du irgendetwas aufbauen möchtest in deinem Leben, du musst zu der Persönlichkeit werden, die dieses Neue, was du dir wünschst, dann schlussendlich erschafft. Und dann kommt auch genau das in Folge dazu. Und ich bin ja so ein großer Freund von den Leistungssportlern. Ich liebe das. Ich gucke mir dann auch ab und zu mal so Dokus an. Also die einzige Sache wirklich, die ich mir auf Netflix anschaue, sind irgendwelche Dokus von Leistungssportlern. Also zumindest war es in der Vergangenheit so, keine Ahnung. Vielleicht gibt es nochmal irgendwann, was ich mir auch anschaue, aber momentan ist das so. Und ich habe mir jetzt erst gerade die Dokumentation von Dirk Nowitzki angeschaut. Und ich weiß nicht, ob du den kennst. Dirk Nowitzki ist von meinem Wissen her der erfolgreichste deutsche Basketballspieler, den es jemals gab. Und der gehört auch weltweit zu den zehn erfolgreichsten Basketballspielern. Der hat bei der NBA mitgespielt und er ist ein absolutes Talent, ja, sagen ganz viele Menschen. Aber was Dirk Nowitzki eben auch gesagt hat in dieser Reportage, war, dass er sicher ist, dass fünf Prozent seiner gesamten Karriere, seines Erfolges waren Talent. Aber die 95 Prozent, das war Fleiß, dran zu bleiben, zu üben, zu trainieren, um schlussendlich dann zu dem Weltbesten oder einer der weltbesten Basketballspieler zu werden. Und so ist das eben bei dir auch. Und jetzt frag dich doch mal, wenn du zum Beispiel gesünder werden möchtest, wie viele Eigenschaften, wie viele Gewohnheiten hast du noch in deinem System, die extrem ungesund sind? Und es gibt immer noch Menschen, die sehe ich, die rauchen. Ich verstehe diese Abhängigkeit. Aber rauchen musst du heute nicht mehr. Das ist eine Sache von zwei Tagen Entzug, zwei Tagen. Und dann fängst du an, diese mentalen Gewohnheiten zu transformieren. Und wenn du jetzt sagst, ja Kerstin, du hast leicht reden. Ja, Zuckersucht ist auch eine beschissene Gewohnheit. In der habe ich auch drin gesteckt. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die es geschafft haben, diese Gewohnheiten zu überwinden. Beginne jetzt in diesem Moment damit. Denn deine Stammzellen, um mal dir ein Beispiel zu geben, die werden mit jedem Mal, wenn du rauchst, so geschädigt. Und jede Krankheit hat immer auch was damit zu tun, dass deine Stammzellen einfach nicht mehr richtig funktionieren. Also sei mal ehrlich zu dir. Was trennt dich, deine jetzige Persönlichkeit, von der Persönlichkeit, die du aufbauen musst, die total gesund ist? Und wenn du jetzt wieder nur von dir selbst bestehen möchtest, weil du dir sagst, ach und das kriege ich nicht hin und das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, dann bleibst du in der Opferrolle stecken. Das ist auch ein Programm. Fang klein an. Bau dir kleine Gewohnheiten dein Leben lang so auf, dass es gar nicht mehr anders geht, gesünder zu werden. Und wenn du krank geworden bist und du hast eine Autoimmunerkrankung, wenn du etwas hast in deinem Leben, was dir wirklich zeigt, schau da mal hin, dann überlege dir nicht nur, dass vielleicht die Arbeit dazu geführt hat, weil du zu viel gearbeitet hast und hast die Signale deines Körpers nicht wahrgenommen, dass das dazu geführt hat, dass du krank geworden bist, sondern welches mentale Programm steckt hinter deiner Krankheit. Und wenn ich in meinen Tagescoachings oder in meinen Einzelcoachings ja diese Gespräche führe, dann begreife ich natürlich innerhalb von kürzester Zeit aufgrund meiner Erfahrung, was ist denn das eigentliche Programm? Und ganz viele Menschen wollen vor sich selbst bestehen, weil sie in ihrer Kindheit oder in der Zeit, wo sie eben herangewachsen sind, vielleicht einen Erziehungsberechtigten hatten, den Lehrer hatten, den Vater, die Mutter hatten, die ihnen immer das Gefühl gegeben hat, du, da geht noch was, da muss noch mehr gehen. Und wenn du immer deinem Vater beweisen wolltest, deiner Mutter oder wem auch immer, dass du gut bist, dass du liebenswert bist und die haben dir die Signale nicht gegeben, dann kann es sein, dass du dein ganzes Leben lang auf der Überholspur unterwegs bist. Also der Marathon bezieht sich in meinem Beispiel darauf, dass du dein Leben lang dranbleibst und dass es auch hier total wichtig ist, dass du in deinem Tempo vorangehst. Und wenn du offen bist und du gehst einen Schritt nach dem anderen, denn die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, dann wirst du 100 Prozent an dein Ziel kommen. Aber wenn es etwas gibt, was du auf dem Weg zu deinem Ziel Gesundheit, auf dem Weg zu deinem Ziel Schlank sein, auf dem Weg zu deinem Ziel Erfolg erleben, erfahren und vor allen Dingen auch fühlen musst, dann wirst du so lange rumeiern, bis du irgendwann mal genau diese Erfahrung gemacht hast. Und das ist im Übrigen die Erfahrung, die ich gemacht habe bei mir, bei all meinen Kunden und so weiter. Und ich möchte dich in diesem Podcast wirklich motivieren. Und das meine ich aus ganzem tiefstem Herzen, dass du aus diesem Thema gesund werden nicht so einen, ja, so einen Pseudosprint machst und fängst an, komische Abkürzungen zu machen. Wie ich es gesagt habe, es ist einfach für Menschen, die sich damit auskennen, ja, die Person X schlank zu machen in dem Moment, wo sie am Tag eins, zweimal Shakes trinkt und dann anfängt, keine Ahnung, nur Gemüse mit ein bisschen Proteinen zu essen. Das ist keine Kunst. Die Kunst besteht darin, die Person dahinter zu erkennen und zu überlegen, was hat dazu geführt, dass du den Weg verloren hast zu dir selbst. Und im Grunde genommen, oder ich sage es mal anders, es sind immer mehrere Bausteine. Es ist nie nur eine. Es ist nie nur die Ernährung. Es ist nie nur der Sport. Dazu gehört immer auch der Stress und vor allen Dingen eben auch die mentalen Komponenten. Und wenn du in deinem Tempo vorangehst, egal wo du jetzt gerade bist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dann kann es gar nicht anders sein, als dass du schlussendlich eben auch dein Ziel erreichst. Und weißt du, wenn du schon mal gewandert bist und du warst schon mal auf einem Jakobsweg unterwegs, ja, und du warst schon mal irgendwo im Urlaub und du hast einfach eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt, weil du dir vorgenommen hast, da einen Berg zu erklimmen oder was auch immer. Dann hattest du vielleicht kurzfristig ein Ziel und irgendwann bist du auf dem Berg angekommen. Oder um bei dem Beispiel Jakobsweg zu bleiben, vielleicht dann irgendwo in Spanien. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Camp Pastello. Egal. Also auf jeden Fall diesen Jakobsweg, ja. Dann bist du am Ziel angekommen. Aber die meisten setzen sich danach wieder ein nächstes Ziel. Und weißt du, warum? Weil der Weg das Ziel ist. Und was wäre denn, wenn du auf deinem Weg unglaublich schöne Erfahrungen machst? Und das ist gar nicht darum geht, die perfekte Gesundheit aufzubauen, sondern dass du schlussendlich zu dem Menschen wirst, der vital ist, der gesund ist, aber der lernen darf. Und das nimmt doch auch ein klein bisschen mehr Druck. Zumindest ist es bei mir so. So, jetzt wünsche ich dir, dass du ein bisschen in die Reflexion gehst, dass du schlank und gesund und vor allen Dingen voll bist mit Lebenskraft und das nicht, ja, über einen Sprint machst, sondern über einen schönen, großartigen, ja, tollen, ich sag jetzt mal positiven Marathon, der sich Lebensweg nennt. Und dass du dabei auch nicht vergisst zu lachen, dass du dabei ganz viel Spaß hast und dass du eben erkennst, dass die Dinge für dich da sind und nicht gegen dich. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das aller, allerbeste. Bewerte diesen Podcast gerne, schreib mir, wie er dir gefallen hat. Du findest mich überall. Und teile ihn an ganz viele Menschen, die momentan vielleicht irgendwo in der Krise stecken und die ein bisschen mehr Lebenskraft brauchen. In diesem Sinne nur das allerbeste für dich, deine Kerstin.